Die Zukunftstechnologie Brennstoffzelle blickt auf eine lange Vergangenheit zurück, in der bis zur heutigen Zeit zahlreiche Entwicklungsstufen durchschritten wurden. Das Jahr 1780. Luigi Galvani beschreibt als erster, dass chemische Energie direkt in elektrische Energie umgewandelt werden kann und umgekehrt. Seine Theorie der elektrochemischen Umwandlung wird Grundlage der späteren Entwicklung von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren. Johann W. Döbereiner entwickelt den ersten katalytischen Wasserstoffbrenner, der auch als Döbereiners Feuerzeug bekannt ist. Jöns Jakob Berzelius führt den Begriff der Katalyse ein und legt die Grundlagen für die heutige Forschung. Katalysatoren beschleunigen in der Brennstoffzelle die kontrollierte Reaktion zwischen Wasserstoff und Sauerstoff. Sir William Robert Grove weist die Gültigkeit der von Galvani formulierten Theorie der elektrochemischen Umwandlung experimentell nach. Er konstruiert die erste Brennstoffzelle, indem er Platinelektroden mit dem unteren Teil in einen Elektrolyt aus verdünnter Schwefelsäure taucht und den oberen Teil mit Sauerstoff und Wasserstoff umspült. Diese Anordnung erzeugt eine Spannung von etwa einem Volt. Grove gilt als Vater der Brennstoffzelle. Werner von Siemens entdeckt das dynamo-elektrische Prinzip und legt damit den Grundstein für die Entwicklung von Generatoren moderner Bauart. Jules Verne stellt in seinem 1875 erschienenen Zukunftsroman »Die geheimnisvolle Insel« die Vision einer Energiewirtschaft vor, die auf Wasserstoff, Elektrolyse und Brennstoffzellen basiert. Darin heißt es »Was werden wir einmal statt Kohle verbrennen?« fragte der Seemann. »Wasser«, antwortete Smith. »Wasserstoff und Sauerstoff werden für sich oder zusammen zu einer unerschöpflichen Quelle von Wärme und Licht werden, von einer Intensität, die Kohle überhaupt nicht haben könnte.« Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Wilhelm Ostwald zeigt, dass Brennstoffzellen effizienter als Wärmekraftmaschinen arbeiten können. Mit seiner Annahme, das 20. Jahrhundert werde das Zeitalter der elektrochemischen Verbrennung, hatte er aber nicht recht. Trotz ihres schlechteren Wirkungsgrades setzten sich während der industriellen Revolution die Wärmekraftmaschinen durch. Die Entwicklung der Brennstoffzelle dagegen wird zunächst nicht weiterverfolgt. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt Francis T. Bacon die Brennstoffzellentechnik weiter. Er baute die erste praktisch anwendbare Brennstoffzelle für ein Fahrzeug. Die sogenannte Bacon-Zelle arbeitet mit Wasserstoff als Brennstoff und mit einem alkalischen Elektrolyten. Mit dem Beginn der bemannten Raumfahrt erhält die Brennstoffzellentechnik eine ganz neue Bedeutung. Für das zweite bemannte NASA-Raumfahrtprogramm wird die Gemini-Brennstoffzelle entwickelt. Sie liefert mit rund einem Kilowatt Leistung den Betriebsstrom für die Raumkapsel und Trinkwasser für die Astronauten. Für die Apollo-Missionen werden erfolgreich alkalische Brennstoffzellen, auch AFC genannt, eingesetzt. 1969 setzt die NASA die nächste Generation von Brennstoffzellen ein. Diese von General Electric entwickelte Polymermembran oder auch PEM-Zelle verwendet bereits eine protonenleitende Membran. Die verbesserte Technik kommt erstmals bei den NASA-Biosatelliten zur Anwendung. Die Ölkrise beschleunigt die Entwicklungsarbeiten zur Brennstoffzellentechnik. Ziel ist die Realisierung großer Kraftwerke für die Stromerzeugung. In den USA entwickelt die Firma Westinghouse erstmals Hochtemperaturbrennstoffzellen, bei denen Anode und Kathode röhrenförmig angeordnet sind. An U-Booten testet man erfolgreich den Brennstoffzellenantrieb. Mitte der 80er Jahre beginnt Siemens mit der Entwicklung einer PEM-Brennstoffzelle für außenluftunabhängige U-Boot-Antriebe. Die Firma Onsi bringt erstmalig phosphorsaure Brennstoffzellenanlagen mit einer elektrischen Leistung von 200 Kilowatt und einer thermischen Leistung von 220 Kilowatt auf den Markt. Bei den Stadtwerken Bochum wird ein erfolgreicher Test mit 32.000 Betriebsstunden durchgeführt. Ab den 90er Jahren folgen verschiedene Tests mit Kraftfahrzeugen. Die Energie für das NECA von Daimler-Benz wird direkt aus Wasserstoff gewonnen, der in einem Drucktank im Fahrzeuginneren mitgeführt wird. 12 Stacks liefern 50 Kilowatt elektrische Energie bei 280 Volt und einer Leistungsdichte von 21 Kilogramm pro Kilowatt. Der NEBUS, New Electric Bus, wird von Daimler-Benz vorgestellt. Der emissionsfreie Linienbus hat eine Leistung von 250 Kilowatt und kann täglich bis zu 250 Kilometer fahren. Die Stadtwerke Bielefeld installieren eine Schmelzkarbonat-Brennstoffzellenanlage, auch MCFC genannt, der MTUAG in Friedrichshafen. Die Anlage wird als Kraft-Wärme-Kopplung betrieben und liefert eine elektrische Leistung von 220 Kilowatt. Die Firma Weiland installiert das weltweit erste Brennstoffzellen-Heizgerät in einem bewohnten Mehrfamilienhaus. Die HDW Werft stellt das erste serienreife U-Boot mit Brennstoffzelle vor, das bis zu 14 Tage unter Wasser bleiben und wegen seiner geringen Geräuschentwicklung nur schwer geortet werden kann. Im November 2004 wird in Berlin die erste öffentlich zugängliche Wasserstofftankstelle eröffnet. Ihr Tank für den flüssigen Wasserstoff fasst 10.000 Liter. Eine Direkt-Methanol-Brennstoffzelle wird erstmals serienmäßig in Reisemobile eingebaut. Diese Brennstoffzelle gewährleistet mit etwa 5 Liter Methanol für 5 bis 10 Tage die Stromversorgung eines Reisemobils. Daimler Chrysler stellt im Oktober auf der Tokyo Motor Show sein Modell Mercedes F600 Hygienius mit Brennstoffzellenantrieb vor. Diese Zelle ist rund 40 Prozent kleiner als ihre Vorgänger und arbeitet zudem effizienter. Der Autokonzern plant die ersten Serienkraftfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb für das Jahr 2012.